Wir beginnen mit dem sechsten Kapitel an, mit der Überschrift mit dem Anwalt Meine Lieblingsveranstaltung, Haflatilmufaddle. Meine Lieblingsmufaddle, Veranstaltung, Haflatilmufaddle. Was für ein Fest ist das? Was meinen Sie? Was ist das Wied? Was ist das Wied? Wir haben ein Theaterfestival, ein Karnivalsfest, ein Karnivalsfest, ein Mittelalterfest. Ich glaube, das ist ein Mittelalterfest. Ich glaube, das ist ein Mittelalterfest. Ich glaube, das ist ein Mittelalterfest. Okay. Amira, was glauben Sie? Ich glaube, das ist ein Karnivalsfest. Okay. Okay. Und Frau Rada, was glauben Sie? Ich glaube, das ist ein Karnivalsfest. Okay. Okay. Ich glaube, das ist ein Karnivalsfest. Das 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 Karnivalsfest. Hier, Diskussion, Munaqashah, Gunda, Daira, يعne, Munaqashah Dairi, يعne, Hewar Bein Aishkhaz. Das Kostüm, Alkostüm, huwa mithl Zayt Nekuri. Das Fest, el riecht, ou el hafla, يعne. Das Konzert, alhafla almusyikija. Die Ausstellung, almaraz, ayan kan, يعne, sowaw fan, au kutub, auway şey. Das Festival, alfestival, alharfie, alharfie, maherjan. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. Röjtel Kelimat. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. 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 Open Air Frauenfeld. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. Ich bin schon drei Mal dort gewesen. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. Und das Theaterstück, Qit'a Nusrahiyah. Oder die Fantastik, Qit'a Nusrahiyah. Und das Theaterstück, 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 Qit'a Nusrahiyah. Okay, gut. Gut. Findet dort die berühmte Kieler Woche statt. Min Radin tabda hunak, dort, die berühmte Kieler Woche. Ähm, Usbuah Kiel, El-Meshuna. Das ist eines der größten Segelsport-Events. Das ist eines der größten Segelsport-Events. Hafflet, Merakibs-Scharia, Weltweit. Weltweit, yani international, alamian. Aber, لكن, neben dem Segen, bichanab Rukubel-Safina, steht auch die Musik im Mittelpunkt. Yani, tegif al-musiqa fi, ähm, fi losat. Yani, du amir, yani. Mit 300 Konzerten auf 16 Bühnen مع 300 حفلات mوسiقية على 16 mesra. Die Farnsteitung El-Hafla wa'l-Mahrajan dauert 10 Taiga. Tastagrik 10 Ayaan. Am Fualetzten Tag Fualetzten el- Kabla l-Akhir. Aljom el-Kabla l-Akhir ist Ima die berühmte Wind Yama Parada. Da sind mehr als hundat große Zegel Schiffa. Yani, هناk يتواجد أو يوجد äh, 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 merakeb شريعية كبيرة. Und ganz viele kleinere Yachten. Oa sufun äh, sorrera kathira. El-Ganz viele had a missil sehr viele, äh, äh, kathire jidden. Oa el-Yachten naua min ist fin sorrera. Auf dem ale al- bachr. Das möchte ich schon seit jahren mal sehen. Yani, هذا urid an râ min zu sahnu at. إلى هنا أي سؤال? Au, في سؤال كده في الس سطر الثلاث عشر 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 يت بال بون كده يعني mithil pungt hier fii fii lwasot يعني هو mithil lwasot pungt nukta jah aah 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 Ich hab's schon versucht, um die erste, um die vierte, um die développer und die diese Verbesserung und die man mit dem BV, um die größere zu der BV. die BV. Nein, ganz viele kleine Gliichten. Das war es gut. Ganz viele kleiner Gliichten. Ja. Du willst die Züge? Ja, die Züge sehr. Okay, die Züge sehr. Ganz viel, sehr. Klein, diese Züge. Die Züge. Okay, die Züge. Die Züge, die Züge ist schwer. Die Züge ist schwer. In der Züge. Das ist so großartig. Ja, das ist so großartig. Aber hier ist es so großartig. Hier ist es klein, kleinere oder kleinere. Hier ist es das, das ist kleinere. Kleinere. Wenn wir nur kleinere. Wenn wir nur kleinere. Wenn wir nur kleinere. Dann gibt es viele kleinere. Ja. Kleinere. Das ist die Züge. Also, die Züge. Die Züge. Wie ist die Züge? Züge. Ja. Okay. Was die Züge? Jetzt. Züge. Ars Elektronika. Das ist die Züge. Das ist das Weltfestival. Ähm. Hier. weltweit. Ähm. 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 Al... ähm. Annotelujah. Ähm. Wichtig. Wichtig Wichtig! Wichtigste. Ähm. DIGITALA Kunst. JEM. LILaaaa. Sie findet seit 1979 jedes Jahr Kulsana in Linz, für Medinat Linz, statt. Dieses Jahr vom 31. August 31 bis zum 6. September. Es gibt viele Ausstellungen. Es gibt viele Ausstellungen. Konzerter, Ausstellungen. Ausstellungen, wie die Ausstellungen. Ausstellungen, wie die Ausstellungen. Und die Diskussionen, wie die Ausstellungen. Ich gehe seit zehn Jahren fast jedes Jahr hin. Ich fasziniert die Verbindung von Wissenschaft, Wissenschaft, Ulum, Technik, Technologie, Musik, Musik, Video, Computer, Animation. Animation. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Also es ist unsere Ausstellungen. Neben der Ausstellungen. Experten und Interessierte aus der ganzen Welt stellen hier Zukunftsfragen und diskutieren Zukunftsprobleme Das finde ich sehr spannend Und das finde ich sehr spannend Ein Beispiel Interessant Ich liebe historische Feste Ich liebe historische Feste Mit Musik, Tanz und Original Kostümen Mit Musik, Rocks, Tanz Mit Musik, Tanz und Original Kostümen 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 Die Hochzeit 2, der Gebäude, hat sechs tage lang gedauert und war einer einer der größten und schönsten im ganzen mittelalter und war einer der größten und höchste langsorten in der Mitte der Mitte All 4 Jahre, also in 4 Jahren, spielen die Lanzhüter, sie mit 2000 Jahren nach. Nach, spielen wie, die diese Hüfte, alle vier Jahre, mit 2000 Jahren, die Lanzhüter haben, die Lanzhüter-Hochzeit als Jugendlicher gesehen haben. Die Lanzhüter-Hochzeit Ich habe die Lanzhüter-Hochzeit als Jugendlicher gesehen. Ich habe die Lanzhüter-Hochzeit als Jugendlicher gesehen. Das ist nun schon über 30 Jahre her. Also 30 Jahre. Hier gibt es noch eine Frage. Was für eine Veranstaltung ist das? Das ist nun die Frage. Was kann man auf der Veranstaltung erleben? Das ist nun die Frage. 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 Was für eine Veranstaltung ist das? Was kann man auf der Veranstaltung erleben? Was kann man auf der Veranstaltung sehen? 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 Das ist nun die Frage. Nächste Woche fahre ich nach Kiel. Wollt ihr eigentlich? Okay. Fahm, fahm, munkin, hier leistet falsch oder kata, hier leistet falsch oder kata. Hier, tamen, bis ab, nein. Fahm, nein, der Leser oder die Leserin war nicht dort. Okay. Was für eine Veranstaltung ist das? Was kann man auf der Veranstaltung erleben, sehen, machen? Es gibt viele Ausstellungen und Konzerte und Hagaddi. Kommen wir so. Ausstellungen, Konzerte, Performance, Vorträge und Diskussionsrunden. War die Leserin, der Leser schon dort? Kommen wir aus. Ja. Vaut um 10 Zeit. Ja. Ja, ich sage es seit 10 Jahren, ich bleibe alle Jahrzehnte. Okay. Also, das ist eine gute Idee. Er war schon zwei Jahre dort. Okay. Ich verstehe die Idee. Was für eine Veranstaltung ist das? Eine historische oder ein historischer Fest? Was kann man auf der Veranstaltung erleben, sehen, machen? Eine Hochzeit sehen. War die Leserin, der Leser schon dort? Ja. Vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren. Okay. Okay. Das war der Moment. Also, das war der Moment. So, wir gehen und kommen wieder. Okay. Nummer oder Aufgabe 4. Das möchte ich schon seit Jahren mal sehen. Das ist eine gute Idee. 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 Wie sind die Hände? Von bis. Min Ila. Von. An. Min Zubidayat. Über und seit. Fauka Kesa. in den leisebeiträgen und ergänzen sie فلدينا wie hier כלها 4-2 wie lange ف يعني كم استغرقت كم المطل فعندما توجد بداية والنهاية فنقول فم 8 bis zum 10 juli إذن فم bis oder فم تمام فم bis على ذي أسفل منه ab wann من زمتا هنا نتكلم فقط عن البداية سيكون فن مور أو فن آم فن نكستا واخر آن يعني من الأسبوع القادم مثلا والتاريخ سيكون من بعد الحاضر يعني أنتم ترون في الخط أنه يتست الآن فالبداية البداية تكون بعدها في المستقبل ففي الأسفل أعطانا مثال فم إعستن يعني لو أردنا نقول تاريخ مثلا من أو اليناير فم إعستن يانو آن بعد ذلك في اليمين فوق زائد من منذ متى فهذا يكون فيه في الماضي فقانهيت فقانهيت معناها ماضي فانا قول سايت سايت 1979 يعني منزو أو سايت يولي منزو الشهر يولي فهو ميسل انجليسي سايت في لن كم تستغل فهنا المدة غير محدودة المدة غير محدودة فأقول مثلا لن ماذا محدودة محدودة او ممتاز محدودة 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 او إعطراع من ثلاثين سنة اكثر من ثلاثين سنة فوق ثلاثين سنة Es gibt einen Punkt. Hier gibt es ein Punkt? Das ist ein Punkt. Der V-Lang ist ein Punkt. Der V-Lang ist ein Punkt. Es gibt eine Bedeutung und eine Nachteile. Der V-Lang ist ein Punkt. Der V-Lang ist ein Punkt. Das ist das Punkt. Nein, der V-Lang ist ein Punkt. Es gibt ein Punkt. Das ist das. Das ist das. Von bis bis zum 20. Das ist das. Nein, von bis bis zum 20. Das ist das. Das ist das. Die erste ist das Bedeutung und die letzte ist das Bedeutung. Also, wir wissen nur, dass sie die 30 Jahre sind. Das heißt, was du begonnen? Dass du begonnen hast, was du begonnen hast? Gott ergelt. Wo ist er, wo du begonnen hast? Er ist er, wo du begonnen hast? Wo ist er, wo du begonnen hast? Okay. Okay, okay. Okay, das machen wir. Okay, das machen wir. Zu welcher Veranstaltung? Aus drei wollen Tim und Ludmilla إلى أي حفلة? Okay, das machen wir. 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 Okay. Okay, das machen wir. Okay, das machen wir. Okay, das machen wir. Okay, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Du schläfst hier. Dann können wir am morgens früh losfahren. Okay, das machen wir. Ja, super. Bis dann. Jep. Aufgabe 5. 1. Hallo, Anja. Hier ist Tim. Welcher Tim? Na, Tim Rastmann. Genau. Na, wie geht's denn so? Ja, mir auch. Du, ich hab mal eine Frage. Möchtest du vielleicht mitkommen in die Schweiz? Ja, zum Open Air. Mal wieder richtig abfeiern. Was hältst du davon? Hast du Lust? Eintrittskarte? Brauchst du keine. Ich hab hier nämlich gleich zwei. Sylvie? Nee, nee. Sylvie kommt nicht mit. Sylvie und ich, ähm, weißt du, da läuft nichts mehr. Hm, schon seit ein paar Wochen. Also, was ist? Hast du an dem Wochenende Zeit? Das ist vom 8. bis zum 10. Juli. Oh ja, das ist eine gute Idee. Du schläfst hier. Dann können wir am Morgen ganz früh losfahren. Okay, das machen wir. Ja, super. Bis dann. Und dann. Das fiel auf Fanny. Zwei. Hallo? Britta? Hier ist Ludmilla. Äh, du hast gerade keine Zeit? Du, ich hab nur eine ganz kurze Frage. Anfang September fahre ich für ein paar Tage nach Linz. Ja, genau. Ja, da möchte ich auf jeden Fall wieder hin. Du hast doch mal gesagt, das würde dich auch interessieren. Ja? Du, dann lass uns doch zusammenfahren. Nein, das ist gar nicht so teuer. Ja, wohnen können wir bei meiner Freundin Laura. Die Eintrittspreise? Auch kein Problem. Als Studentin bekommst du Ermäßigung. Ich glaube, für diese zahlst du nur 33 statt 40 Euro. Wann genau? Tja, wie wäre es denn mit dem 1. bis 4. September? Vom 2. bis zum 5. Ja, okay. Das passt auch. Gut. Dann telefonieren wir heute Abend nochmal. Gut, dann. Tschüss. Tschüss. Und jetzt mal, Moment. 2. Hallo? Britta? Hier ist Ludmilla. Ah, du hast gerade keine Zeit? Du, ich hab nur eine ganz kurze Frage. Anfang September fahre ich für ein paar Tage nach Linz. Ja, genau. Ja, da möchte ich auf jeden Fall wieder hin. Du hast doch mal gesagt, das würde dich auch interessieren. Nein, das ist gar nicht so teuer. Du, dann lass uns doch zusammenfahren. Nein, das ist gar nicht so teuer. Wohnen können wir bei meiner Freundin Laura. Die Eintrittspreise? Auch kein Problem. Als Studentin bekommst du Ermäßigung. Ja. Ich glaube, für die Tageskarte zahlst du nur 33 statt 45 Euro. Wann genau? Tja, wie wäre es denn mit dem 1. bis 4. September? Ja. Ja. Vom 2. bis zum 5. Ja, okay. Das passt auch. Gut. Dann telefonieren wir heute Abend nochmal. Gut, dann. Tschüss. Gut, dann. Gut. ... Was hat hier ein … ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, sie haben sie gemacht. Ich glaube, sie haben sie gemacht. Ich glaube, sie haben sie gemacht. Aber es ist die erste, die erste, dass sie auch gesagt haben. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Er hat sie gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Wir beginnen mit Abdullah. Tim Wilson. Was ist der Nummer? Was ist der Nummer? Es ist der Nummer? Das ist das. Ab Abdullah. Das erste, Tim Wilson. Für die Zeit wollen sie mich ansprechen? Es ist der Nummer. Was ist die Musik? Wir hören uns nichts. Kannst du die Frage stellen? eine Lammes-Machwein. Opener. Come on. Opener, come on. Ustaz Arada, Ludmila wählt zur. Er ist Ars Elektronika, weil er kann man mit der Hand kommen. Genau, super. Ars Elektronika. Okay. Ustaz Amira, Tim und Alja brauchen noch zwei Eintrittskarten. Entschuldigung. Und die Jahre hierin betrifft, dass sie ein Eintrittskarten brauchen. Eintrittskarten. Ich dachte, ich habe zwei Eintrittskarten. Ich habe zwei Eintrittskarten. Oh, okay. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, der erste ist falsch. Abdullah, zwei. Silvie hat nicht mit Indischweiz. Das stimmt. Das stimmt. Ustaz Ghada, Anja kommt mit Indischweiz. Ja, das stimmt nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ob das stimmt oder das stimmt. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Anja kommt mit Indischweiz. Herr Zamira, Lutmila und Bresa können bei Laura über Nacht nehmen. Nein, falsch. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass er nicht im Grunde ist. Er ist nicht im Grunde. Ich wusste nicht, dass er nicht im Grunde ist. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ob er es ist. Er ist im Grunde. Es kann im Grunde sein. Es kann nicht im Grunde sein. Das ist nicht im Grunde sein. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Abdullah, Sie müssen nur 45 Euro für die Einladung. Falsch. Genau. Wie viel? Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. 33 Euro. 33 Euro. Okay. Ustaza, Radha, Lutmila und Britta sprechen später noch einmal. Ich wusste nicht. Ja, ich wusste nicht. Ja, ich wusste nicht. Es gibt verschiedene Sprachen. Wir können keine Sprachen, wie wir uns erzählen können. Und wir seien die Sprache. Ich will das mit Ihren Sprachen und geben es in die Sprache. Und dann? Wolltest du mit anderem? Wolltest du mitkommen? ausmachen. Herr Nourid, an Nuhaddit. Makan lelmukabela. Hast du am so und so Zeit? Herr Ladeike Waqt. Fih el waqt kasa? Ja, gut. Dann treffen wir uns. Um, am. Naam, jayet. Izan, natakabeln. Um, lelwaqt. Uam, llyum. Ok, das machen wir. Ja. Izan, haza nafahluhu. Lass uns doch. Anni, linafahal kasa. Wie wäre es mit? Anni, kaife loo maa kasa. Wie wäre es mit, ähm, mit Donnerstag? Ein, waten leo Crowe Byee? Wie wäre es, fluge, uam, govern Takahaljum financier? Mhm, feíl. Ja, nie die только. bete Ke會 ist mit, ähm, mit dem yete practice um. und wir fragen uns, ob wir Pizza machen können. Okay, das stimmt. Ja, okay, das passt auch. Ja, okay, das passt auch. Darf ich etwas vorschlagen? Ich habe eine Anzeige gesagt. Okay, geht es bei dir am um? Yani, häl, hua munishebe عندke? Häl, temmschi عندke, fie um kaza, au fie waht kaza? Sehr net, yani, toib juddan, aber da kann ich leider nicht ila hunak, lausatia. Also, idan, ich weiß nicht. Au, also hunan, bimani, yani, yani, la arif, ich weiß nicht. Das finde ich nicht so interessant. La ajiduhu musir l-ihtimam. Aber gern, taban, das ist keine so gute Idee. Yani, häl, die lässet fikratun jayda. Ich würde lieber. Yani, ufaddel kaza. Willst du zu, zum, zum, zur mitkommen? Häl, tu li'den, tazab ila kaza, mahi. Wa, äh, ne, l'dein el zu, zum, zur, Du hast doch gesagt, das würde dich interessieren. Das würde dich interessieren. Ein Säge für die Kälte? Das ist ein Säge für die Kälte. In der Säge für die Kälte haben wir eine Unterricht über die Kälte für die Kälte. Hier haben wir die Kälte über die Kälte über die Kälte über die Kälte. Was ist Ihre Lieblingsveranstaltung? Was kann man auf der Veranstaltung erleben, sehen, machen? Wann findet die Veranstaltung statt? Was ist Ihre Lieblingsveranstaltung? Seit wann gibt es die Veranstaltung? Wann gibt es die Veranstaltung? Wie oft waren Sie schon dort? Wie oft warst du hier? Was gefällt Ihnen besonders gut? Was ist Ihre Lieblingsveranstaltung? Haben Sie am ein Säge für das? Was ist die Veranstaltung? Die Kälte oder Kältee sind in der Schlappe kann man auf den Prozessus verfolgen Sie, wenn Sie etwas verrascht heard. In der Schlappe haben Sie nur etwas und die Lektoren. Und Sie sieht die Veranstaltung aus der Kälte. Und in der Schlappe schluss. Das kommt genau. So, das er. Ich möchte Sie fragen, wie ich sage. 5.gabben Ich will noch sagen, 5.gabben 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 6.gabben 5.gabben 10.gabben 6.gabben 10.gabben 11.gabben 11.gabben Das heißt, Die Küche sind nicht mit dem Kaffee auf den Rücken. Die Küche sind nicht in den Kaffee, die Küche sind nicht in den Kaffee und die Kaffee. Das weiß Malina, das weiß man, wie sie in der Prinzessinnengarten war, als sie in den Hedaiq der Ämrierat waren. Denn die Prinzessinnengarten ist kein Schlosspark, also nicht die Hedieckte der Kaffee. sondern ein Gemüsegarten, Hadikat Khudrawat, mitten in der Stadt, für Ost-Al-Medina, genauer besorgt in Berlin-Kreuzberg, für Al-Asima, Berlin, Kreuzberg hier Al-Montiqa, ist mit Al-Montiqa. 2009 fängt alles an, 2009, Tabda Kulushi, über hundert Nachbarn und Freunde treffen sich, also auf dem leeren Grundstück, auf dem leeren Grundstück, an der Prinzessinnenstraße, an der Scharik, Al-Amirat. Sie räumen auf, jahne, junazifun schei, juratibun kule schei, und machen aus dem Gelände, wo jajahlun min al-Makkan, einen ökologischen Nutzgarten, mit hundert Betern. Jafallun min al-Saha el-Fadiyah Hadika Mufid Wabi'i Nutz Mufid Ökologisch Bi'i Na Miat Zera Betern Seit 2010 gibt es auch einen Kartoffel Aka Eine Menzu Elfin Washer Jujit Aydan Haql Lil Batatis Noch mehr Betern und ein Tomatenhaus Eine Äkzher Zera Zera Das Konzept Elmabda Ist Einfach Sähl Jeder Kann mitmachen Allgemeine Die Stotien Mischareki Niemand hat sein eigenes Beet Eine La Ahead Ladeyhi Zera Zera Hohu El Khoas Eigenes Beet Alle Alkul Arbeidn Gemeinsam Am Projekt Alkul Yaman Al Al Mischroo Ma Baut Gemeinsam Ila Huna Aye Sual Bt Bt N Bt Ina Zera Hora Mischkalah 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 Das Arbeiten und Leben mit den vier Jahreszeiten Das gefällt nicht nur den Nachbarn Immer mehr Touristen besuchen die kleine O.A. Kreuzberg Das Gemüse in Bio-Qualität 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 Kröten mit der Arscherze Kröten mit der Arscherze Frischern Kröten mit der Arscherze Aus den Bieten von der Zerröre oder Kürbis Riesotten Kürbis Kürbis ist die Kör und die Körn und die Körn Moderator Lähen annotiert Körbis Gerü率 Er ist alles Kürbis Er ist das Gäri Kinder lernen, wie gut Gemüse schmeckt, wenn es nicht aus dem Supermarkt kommt. Und jeder Euro fließt zurück ins Projekt. Fließt, das ist ein Beispiel. Fließt, das ist ein Wasser. Fließt. Hier wird die Euro zurück zurück. Fließt zurück. Auf Pflanzen, die alle Blöden in der Prinsessenen Garten, in der Emiraten. wachsen in kisten im Mund fie sonadig zacken akias oder alten milchtüten tüte kies kies al-halib al-qadima amal zacken al-ukhra hier zacken al-thi yudra' masal fiha'l-dagiq yani amal nama yashtri al-shahb al-mahal al-shahra kielo fie kun fi kies kies kibir fahadah huul zack zu kaman di beita im notfall transportiren al-hahkada yashtuti'i l-whahid fi hala dorurie notfall hala tari'a di beita zara transportiren yan-qulaha das ist wichtig hadha muhim denn die zukunft urbaner gärten ist oft ungewiss l-mustakbel al-hadaiq galiban g-gir-mahruf umzug nicht ausgeschlossen jani jani l-umzug huw l-antikkal l-aysa mustabahat mustabahat l-antikkal l-hadaiqa l-anikkal mustabahat l-anikkal l-anikkal l-antikkal Die Grundstückpreise, ein Yertife, Seher, Al-As-Saha, Al-Mekan, Grundstück, Al-Arabi, und die Stadt kann das Gelände teuer verkaufen. Oder Al-Medina, Satia, in Tabia, Al-Mekan, Gelände, Teuer, Rali. Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis, Däera, Schei-Taniä, هذا حرفيا. Aber der Meinung hier ist Däera, Mugla-Ka. Aber egal. Aber es ist nicht wichtig, ob hier oder anderswo. Hier oder auf einem Mekan-Akher, anderswo. Die Idee, الفikra, des gemeinsamen Gärtners bleibt. Bliibt, من الزارع المشترك. Gärtner, الزارع. Gemeinsam, المشترك. Bleibt, تبقى. هذه الفikra, تبقى. Däera, mit Läken, kinder, die Marina, schbinaat, nicht nur Tiefkifchungen, kann. Hattä lajaa järifilä, misl maaglinna. Säbaniä, ää. Ää. Ää, atau hattä lajaa järifilä, säbaniä. nur auf der Art der Schöpfung, nicht in der Schöpfung. Auf der Schöpfung. Auf der Schöpfung. Oh, ich weiß nicht, in der Schöpfung der Schöpfung. Oh, ich weiß nicht. Was Marlene ist das? Marlene ist die Kinder, die wir vorhin erwähnen. Das weiß Marlene seit sie in der Prinzessin Garten war. Das ist eine Rita. So ist es glaube ich, wie die Mangelina, als das gleich, die eine große Glocke hat, die sie vom Erfsten hat. Das ist die Fläche vor einem Zeichen der Hirten zu spüren, die man in die Erde braucht. house? Das hat eine tolle Extraordnummer. Das ist ja jetzt nicht so. Tiff, d... Diff? Tiff? Tiff kann man merken. Bevor man merken, Tiff kann man andere. Das kann man es zu sagen. Man kann man kufrofonen. Tiff kann man die Buchung. Okay, ich holen sie. Was ist nicht so. den Kopf für 136? 36 NutFal, wie war ein Drei? Ja, ein Drei. größten, was auch ein Drei? Ja, was wurde beruigt, 39. Stadt? Stad, sieghtel. Stad, sieghtel. Vettel war die Verte. Stadt, Medina. Das ist die Stadt. Nein. L1, was ist richtig? Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an. Die Prinzessinengarten ist ein Schlosspark Gemüsegarten. Ist das der Mera? Wir müssen das. Genau. Richtig. B. Abdullah. Alle können ein eigenes Beet kaufen oder in dem Garten mitarbeiten. In dem Garten mitarbeiten. Super. C. Oster Samuel. Alle Menschen oder nur Touristen können das Bio-Gemüse ernten und kaufen. Alle Menschen. Genau. Richtig. Alle Menschen. D. Abdullah. In dem Garten gibt es auch ein Kaffee oder einen Supermarkt. Ein Kaffee. Genau. Super. Ein Kaffee. Uster Samira. Das Grundstück gehört der Stadt dem Projekt. Dem Projekt. Ich weiß nicht, denn es ist ein Kaffee. Es ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Es gibt keine Ausgaben. Es kann sich nicht mehr so ausführen. Ja. Aber ich glaube, es gibt einen Ausgaben. Ich weiß nicht. Okay. Also, in dem man denkt, in dem man denkt, wenn man denkt, dann wird es nicht mehr so ausführen. Okay. F. der Prinzessinnen-Garten muss vielleicht sicher umziehen. Abdullah? Sicher? Umzug nicht ausgeschlossen. Ja. Belecht, rumbama. Belecht. Belecht. Und bei A, der zweite ist, dass diese Stadt in der ersten Zeit die Fahre die Fahre die Fahre, die Fahre. So sie Fahre, nicht von Ihnen. Okay. Und hier zwei, und Oh, ja, weil ich Allerby sehtabia al video Lenn gestattin yakrall al assela Illa al an Fafil al assela li wujed aydan Und si, o anton, gertnan Si auch, inna hel Teffal aydan al bestena Erzählen si Ahke Al an, nintakil ila Al qiraat thaniya Write 9 und 3 Ina saaqraa Welcome in Vien Ina sahna musahlan fi Vien Fladdei na flasht soor Sennansibuha ila Al fakrara almunaasibha Unser Top-Tipp, besuchen Sie Schloss Schönbrunn, hier hat Kaiserin Sisi im Sommer gewohnt. In Schönbrunn finden Sie neben dem barocken Schloss, in Schönbrunn, auch auf der Kaiserin Sisi, eine wundervolle Parklandschaft. Und den ältesten Tiergarten, und den ältesten Tiergarten, der Welt, in der Welt. Okay, Abdullah, wenn Sie alle nicht haben, haben Sie eine Frage, Abdullah, können Sie die nächste Frage? Schloss Schönbrunn ist aus dem Jahre 1600. 1600, 1240. 1642. Und, 1240. Okay, du sagst das F, 40. 40. Okay. Und, um 16100, wird es nicht mehr, also 1642. Ja, das stimmt. Okay. Das ist das F, 1642. Okay. Okay. 1830. 1830. 1830. Und, um 1830. Im Jahr Kaiserin Sisi in den Schloss. Okay. Das ist ja Kaiserin Sisi in den Schloss. So den Kaiserin Sisi in den Siegarten, im Jahr 1830. Mit seiner Frau Zizi hat der Kaiser im Zuma-Huja gewohnt. Heute gehört das Schluss zum UNESCO. Heute gehört das Kultuwa B. Heute gehört das Kultuwa B. Heute gehört das Kultuwa B. Es hat 1.400. 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 Besuchen Sie das Palmenhaus oder den Irrgarten? Genau. Zuru, Beit El Nachl, Palmenhaus, oder den Irrgarten, El Mitaha? Ja, wer die Parklandschaft schon wohnen, nicht zu Fuß besichtigen musste, steigt am besten in die Banu-Roma-Bahn. Ja, Nassiha, wer die Parklandschaft schon wohnen, nicht zu Fuß besichtigen musste, also, was sie nicht an den Irrgarten zu sehen, oder sie sehen, den Irrgarten, den Irrgarten, auf den Metern der Banu-Roma. Und diese können Sie haben, dass sie in den Häusern, und sie haben, wie ich sage, ich sage Ihnen, dass Sie eine Art von der Bühne haben, in die ganze Zeit, bis Sie sehen, dass Sie sehen, wie Sie wissen, dass Sie in den Häusern, und Sie sehen, dass Sie in den Häusern, und Sie sehen, dass Sie sie von der Bühne haben. Allahumma alam. 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 Allahumma alam.